Erst vor kurzem habe ich darüber berichtet, wie der Soldat Angela Merkel bei einer Pressekonferenz gewirkt hat. In diesem Sinne war es heute ein sehr intensiver, sehr guter Abend. Und habe mir die Frage gestellt, ob sie eventuell unter Medikamenten oder unter Alkoholeinfluss stand. Und nun ist wieder ein Video von ihr aufgetaucht, das zumindest bei mir den Verdacht bestätigt, dass mit unserer Kanzlerin irgendetwas nicht in Ordnung ist. Da Bilder mehr sagen als Worte, lasse ich euch das Video einmal abspielen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Hey! 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 Schönen Tag! Hey! 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 Hey!